Schwere Unwetter sind über Teile Deutschlands hinweggezogen. Im hälsischen Rüsselsheim am Main wütete ein Tornado mit über 130 Stundenkilometern. Der Sturm entwurzelte Bäume, deckte Teile des Daches eines Mehrfamilienhauses ab. Umherfliegende Trümmer schlugen noch 200 Meter entfernt von dem Haus ein und beschädigten Autos. In Niedersachsen, wie hier in Daemenhorst zum Beispiel, ließen schwere Gewitter Blitze über den Himmel zucken. Starkregen sorgte für Überschwemmungen, Keller und Tiefgaragen liefen voll. Am Nachmittag werden vor allem in der Südosthälfte Deutschlands lokale Unwetter erwartet. Und morgen weiten sich die Unwetter dann über das ganze Land aus. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr weltabonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.